Wer den Platz im Rathaus bekommt, darüber haben Sie schon entschieden. Wer den Platz im Europaparlament bekommt, darüber entscheiden Sie am Sonntag, wenn Sie denn überhaupt wählen gehen. Zwei Tage vor der Wahl haben wir nachgefragt, was ist Ihnen wichtiger? Europa oder Würzburg? Ob die Europawahl wichtiger ist als die Kommunalwahl, kann man sicher so nicht beantworten. Das ist beides auf seine Art wichtig. Ich finde Europa sehr wichtig. Ich bin nach dem Krieg geboren und noch als Jugendlicher jede Reise nach Österreich oder in jedes Nachbarland. Das war immer ein Wiesenaufwand, ein Grenzübergang. Das ist heute alles so einfach und so leicht. Aber auch wirtschaftlich ist das Ganze natürlich ein durchaus großes Plus auch für uns. Und hier natürlich in die Region hinein. Aber Würzburg würde ohne die Gäste aus dem Ausland, die ja so leicht eben auch reisen können, hier auch nicht so gut dastehen. Also mir ist im Grunde genommen weder die eine noch die andere Wahl wirklich wichtig, weil ich nicht an dieses System glaube. Ich denke, wir leben nicht in einer Demokratie, wir leben in einem Kapitalismus. Und von daher ist bei der Stadt mit Sicherheit genauso viel Dünkel und Schiebereien mit drin, bei diesem System, wie das genauso auch in der Europawahl. Ich muss natürlich mein Recht nutzen, mein politisches Leben selbst mitzugestalten. Und natürlich ist die Europawahl wichtiger, weil Europa uns quasi in unserer Kommunalwahl natürlich auch Grenzen setzt, innerhalb der wir in der Kommunalwahl umsetzen müssen. Deshalb ist Europa natürlich wichtiger. Ja gut, ich lebe halt hier. Darum ist es auch sehr wichtig für mich, was hier passiert eigentlich. Auf jeden Fall. Sollte jeder wählen gehen? Ich meine, wer nicht wählen geht, der entscheidet auch nicht. Ich würde sagen, die Europawahl ist wichtiger. Da hängen so viele Punkte zusammen. Es ist halt Europa. Und jeder hat verschiedene Kriterien. Es muss dann mal aufgeräumt werden. Ja, und da finde ich mal die Kommunalwahl ist auch wichtig, aber doch nicht immer zu sehr im Vordergrund. Natürlich ist Europa für uns insgesamt, sagen wir mal, wirtschaftlich gesehen, kulturell wichtiger. Ja. Wie geht's denn, wie geht's denn? Ich bin wohl, ich bin wohl. Wie geht's denn? Wie geht's denn. Wie geht's denn?